Stefan Ullrich ist ein deutscher Schauspieler. Leben und Karriere Stefan Ullrich absolvierte von 1983 bis 1986 eine Schauspielausbildung an der Neuen Münchner Schauspielschule. Danach war er als Theaterschauspieler am Schauspielhaus Bochum am Schloss Theater Moos am Schauspielhaus Düsseldorf, am Stadttheater Aachen und seit 2007 am Schauspielhaus Essen tätig. 2008 übernahm er am Theater Essen die Rolle des Thilo in der Uraufführung des neuen Stücks Wir sind immer oben von Dirk Lauke. Bei den Burgfestspielen Bad Wirbel spielte er 2009 den Turnel in der Komödie Floh im Ohr von Georges Feideau. Er wirkt auch regelmäßig seit 2011 bei den Bad Hersfelder Festspielen. Mit 2013 trat er dort als Keleben in Shakespeare's Spätwerk Der Sturm und als Tempelherr in Naht an der Weise auf. 2014 als Graf von Lester in Maria Stuart In der Spielzeit 2012-13 trat er am Schauspielhaus Bochum als Jason in Midea auf. Am Prinzregenttheater in Bochum spielte er 2011 den Christian Buddenbrock in einer Bühnenfassung des Romans Buddenbrocks. 2013 folgte dort der Zaschenkunst von Jasmina Ritscher. 2013 trat Ulrich dort auch als Schauspieler und Sprecher bei dem Litzyklus Die schöne Magellon von Johannes Brahms, einer Koproduktion mit den Bochumer Symphonikern, auf. In der Spielzeit 2012-13 übernahm er an den städtischen Bühnen Wuppertal die Rollenregierungsrat Hübner Kapitän Brancherson in der Operette. Glückliche Reise! Außerdem spielte er 2013 an der Oper Wuppertal den Vater der Braut in der Oper Bluthochzeit von Wolfgang Fortner. Die DVD erschien 2013 bei Vergo Shot Music. In der Spielzeit 2014-15 war als Gast am Theater Osnabrück engagiert. Er spielte dort den Schatten in der schwarze Obelisk nach dem Roman von Erich Maria Remarke. Die Rollen Jonathan Leverkühn, Helmut Inzitores in Dr. Faustus und Mitch in Instation Sehnsucht. 2015 wirkte er außerdem als Fürst Escalus in Romeo und Julia in einem Projekt der Wuppertaler Bühnen mit dem Tanztheater Pina Bausch mit. In der Spielzeit 2015-16 spielt er am Theater Osnabrück den Sorin in Die Möwe in der Regie von Annette Pullen. Repertoire! Er spielte am Theater die klassischen Rollen seines Fachs wie den Kamille des Millens und den Danton in Dantons Tod von Georg Büchner, den Prinz Philipp in Yvonne Prinzessin von Burgund von Witold Gombrowitsch und den Glaguljev in Platonow von Anton Zechow. Außerdem übernahm er Sprechrollen in der Oper B. den Bas Asselim in die Entführung aus dem Serail von Wolfgang Amadeus Mozart. Bekanntheit erlangte Stefan Ulrich auch durch seine zahlreichen Fernsehrollen. Er übernahm dabei durchgehende Serienhauptrollen, wiederkehrende Episodenrollen und auch Gastrollen. Mit der Hauptrolle des Felix Althofer in der ZDF-Serie Samt und Seide gelang ihm der Durchbruch als Fernsehschauspieler. 2010 hatte er eine Episodenhauptrolle in der Fernsehserie Dani Lovinsky. 2013 war er als Dr. Welzheim in einer der Hauptrollen der RTL-Produktion Helden Wenn dein Land dich braucht zu sehen. Stefan Ulrich ist auch als Rezitator U.A. mit der Mann ohne Eigenschaften von Robert Mussel auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, der Zauberberg von Thomas Mann und die Tigerin von Walter Serner hervorgetreten. Zeitweise unterrichtete er als Gastdozent an der Volkwang-Hochschule Essen im Fachbereich Schauspiel und hatte Lehraufträge an der Ruhr-Universität. Bochum Fakultät für Philologie Germanistisches Institut Filmografie 1995 1995 Amerika 1997 Weihnachten mit Willi Wuff Mama braucht einen Millionär 1999 Atemlose Liebe 2000 zu 2005 Samt und Seide 2001 Forsthaus Falkenau die Traufe und Liebe verkehrt 2002 Für alle Fälle Stefanie 2003 In aller Freundschaft 2003 Die Rettungsflieger 2004 Das Traumhotel verliebt auf Mauritius 2004 zu 2008 Soko 5113 2006 Bettys Bescherung 2007 Forsthaus Falkenau 2008 Im Namen des Gesetzes 2010 Danilo Winski 2013 Helden, wenn dein Land dich braucht 2013 Tatort Eine andere Welt 2 6 8 9 10 11 12 15 12 12